Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom CasinoPlusBunus.com. Heute bin ich im Bett 3000 Casino. So, Bett ist nicht nur Casino, Bett ist natürlich in erster Linie auch ein Sportwettenanbieter, der schon jahrelang sicher bekannt ist und hier auf dem Markt ist. Also, es gibt hier natürlich Sportwetten, es gibt Live-Wetten und es gibt einen Casino-Bereich. Und den Bonus gibt es für beides, nur man kann es entweder oder nutzen. Also entweder ich nutze den Bonus dann bei den Sportwetten oder ich nutze den Casino-Bonus. Dadurch, dass Sportwetten sicher nochmal eine ganz andere Nummer sind und alle, die sich dafür interessieren, werden sicher froh sein, hier ein tolles Casino mit entsprechenden Sportwetten gefunden zu haben. Aber meine Vorstellung geht hier mehr ums Casino-Spielen. Und zwar gehen wir dann gleich mal hier entsprechend auf die möglichen Wahlmöglichkeiten oder Auswahlmöglichkeiten, die mal entsprechend hier angeboten werden. Es gibt Tischspiele. Es ist nicht viel, aber es reicht voll und ganz aus. Es ist jetzt ein Vegas Blackjack hier, der ist von Microgaming, super Spiel, passt, kann man gut gewinnen. Habe ich auch schon gut gewonnen, egal was man setzt. Und dann gibt es noch eine Kategorie der Amatik-Spiele. Das ist der Ansatz entsprechend der Software zu sortieren. Nur im Prinzip nützt es halt praktisch nichts, wenn man nur einen Anbieter dann hier auswählen kann. Es sei denn, ich bin jetzt der absolute Amatik-Fan und möchte das gern sortiert haben. Und hier, das finde ich dann noch eher gut, also die Dreier-Slots, was auch immer. Book of Fortune ist doch kein Dreier-Slot. Also was das jetzt bedeuten soll, kann ich mir jetzt unmittelbar auch nicht vorstellen. Dreier-Slots, gut. Ich hatte jetzt vermutet, das ist Dreilinien-Slot, aber ist es nicht. Bonus-Slots. Ja, Bonus-Slots, naja gut. Es gibt viele Casino-Spiele entsprechend mit oder ohne Bonus-Spiele, aber diese Unterteilung braucht. Mir reicht es, jetzt schaue ich mal hier, 5-Slots. Also ich kann hier diese Sache im Prinzip nicht nachvollziehen, aber die Sortierung ist auf jeden Fall vorhanden. Ich würde einfach drauf gehen auf alle Spiele und dann hat man das. Es sind auch nicht ganz so viele und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, schauen Sie mal durch, hier dann entsprechend auf den Wunsch hier das Sternchen zu setzen und das finden Sie dann in meinen Favoriten. Und hier, wenn Sie dann reingehen, haben Sie Ihre Lieblingsspiele hier im Prinzip im Blick. So, dann schauen wir nochmal auf die Checkpots. Es gibt den Mega Moller und mit seinem Checkpot, Hänsel und Gredel ist dabei und ein weiterer Micro Gaming Cash Flash Checkpot. So, also, so sieht es aus. Wir gehen nochmal zurück auf alle Spiele und scrollen uns durch. Es sind so circa 300. Also man kann gut hier spielen und diese 150 Freispiele, die es dazu gibt zur Einzahlung, sind umsatzfrei. Auch so ist dieser, im Prinzip, der Bonus besteht hier aus Freispielen. Und die Freispiele, die es nochmal dazu gibt, eben auf die Einzahlung, die Gewinne werden dann verdoppelt. Und man braucht im Prinzip das nicht umzusetzen, sondern nur die Einzahlung einmal umzusetzen. Eine tolle Sache, gute, also gute Möglichkeit mit Freispielen, was dazu zu gewinnen. So, dann haben wir hier natürlich noch eine mobile Version und zwar ist es die BAT3000 App. Ich empfehle immer, als BAT3000 Kunde kann man das im Prinzip herunterladen. Also immer erst hier entsprechend anmelden, registrieren und dann einfach herunterladen. Und dann kann man sich auch schneller einloggen und das funktioniert. Und dann hat man auch seine Bonusangebote entsprechend sicher dabei. So, dann zeige ich hier nochmal die Ein- und Auszahlungen und es gibt eine Sofortüberweisung und Klarna, die Kreditkarte und Skrill. Alles geht ab 10 Euro los, also es ist ein faires Casino. Die Auszahlung dürfte je nachdem so zwischen 10 und zwischen 20 und 30 Euro liegen, je nachdem was man an Auszahlung mit Tote hat. Natürlich muss man hier auch die Dokumente hochladen und das kann man dann alles in mein Konto erledigen. Sollte es mal eine E-Mail geben mit einem entsprechenden Bonus-Code, kann man das entsprechend hier auch eingeben. Und so weit, so gut ist die Menüführung hier im BAT3000 einfach gelöst und man kommt schnell ans Ziel. Die Sortierung, wie gesagt, es könnte noch etwas mehr vom Casino sein, aber es reicht mir doch, wenn ich damit gewinnen kann. Und wenn vor allen Dingen tolle, so ausgesprochen gute, gewinnträchtige Spielautomaten dabei sind. Alle sind eigentlich Gewinngaranten, würde ich fast sagen. Und man braucht sich hier auch keine Sorgen zu machen. Man ist gut aufgehoben und es wird auch relativ schnell ausgezahlt. Also, auf geht's ins BAT3000 und gewinnen Sie gut. Wenn Sie die Sportangebote nutzen wollen, den Bonus, immer nochmal selber informieren. Ansonsten ist eine Zusammenfassung und ich sage auch nur eine Zusammenfassung der Bonusbedingungen bei uns auf der Webseite nachzulesen. Ein paar Tipps und Tricks sind auch dabei. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Gewinnen Sie FET. Bis zum nächsten Mal. Ihre Denise. Tschüssi.